So jetzt! Guck mal! Was ist denn mit der Gnome los? Hallo! Hallo Gnome! Was ist denn los mit der? Bam! Hi! Jetzt das zu Hi5! Heute geht es bei uns um Erwin Kaischer. Der kennt sich auch die Kultureile gut aus. Caro von der Crazy Street Urban Art ist heute mein Gast. Und sie will uns ein spannendes Projekt vorstellen. Hallo Caro! Hi5 Nele! Was für ein awesome Street Art Project hast du für uns! Ja genau! Ich habe eine sehr junge, talentierte Künstlerin entdeckt in Berlin-Prenzlauer Berg. Sie tritt im Mauerpark auf und ich stelle sie euch jetzt mal vor. Alexia Fjallarö-Rö wuchs in der Berliner Kunstszene auf. Im Alter von 18 Jahren spielte sie perfekt Ball. Ein Talent, das sie nicht verkümmern lassen wollte. So tritt sie nun immer sonntags im Mauerpark auf. Besonders auffallend in ihrem Stil ist, dass sie den Ball selber wirft und ihm dann hinterher rennt, um ihn selber wieder zu fangen. In Hallenold bei Geisel, wo ich herkomme, da gibt es eine Disco, die heißt Knallbude. Ach. Wollen wir mit abstehen? Ja, gern! Oh, ich... Nein, ich werde... Ja... Jetzt aber... Ich gewinne! Oh, boah, oh, 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 oh! Bis zum nächsten Mal.